Und hallo Leute! Herzlich Willkommen zu einer kleinen Runde von Rocket League zusammen mit Greslaff. Hallo! Wir spielen nur 5 Minuten, weil es zu lange dauert, um ein Video aufzuladen, weil wir haben echt schlechtes Internet. Und ich habe noch ein paar Links in der Videobeschreibung, da könnt ihr vorbeischauen, vor allem der Donation Link. Ihr könnt natürlich was donaten, aber ist nicht pflichtig. Wir fangen dann mit der Runde, äh mit der, mit zwanglos eine Runde, du, du, beziehungsweise 2 gegen 2 an. Wir sehen uns dann in der Runde. So Leute, wir sind jetzt in der Runde und wir fangen an. Greslaff geht jetzt zum... Wenn ihr so ein Musik hört, das ist von meinem Mann. Von deinem was? Von seiner, äh... Von seiner Mutter. Von meiner Mama. Von seiner Mutter. Ja. Passart Borja. Von der Runde. Zeige. Tu hast'n hops gemacht, Presslaff. Und da komme ich von mir drauf. Toll, do in ge ICD. Glus, XC, Gliss, Griss. dann schießt doch den Ball nicht, Alter! klaut mir einfach die Parade ich hab keinen Boost dann seh ich ab Boost oder was, jetzt soll ich auch zu meckern der hat das beste Auto im Spiel das macht ja Lachen oh mein Gott was ich das reingemacht habe ich meinte das ist so ein schönes Store gewesen ähm wir haben geplant dass wir hier jetzt die erste Folge die zweite Folge würde ich einfach Fressler das wird die erste Folge jetzt zum Beispiel Blechfußball also nochmal aufnehmen also das hier die zweite würden wir dann Bärme rüber spielen und das dritte... aber ich kann nicht fliegen ach ne und das dritte einfach vielleicht Körbe vielleicht ich kann nicht fliegen Körbe, Alter, du musst doch nichts denken jetzt halt ihn, ich bin nicht vorn... äh, kinden vorne, Alter, ich weiß nicht wo ich bin ich leide ihn so ich verstehe ihn, Alter ich verstehe ihn, Alter wieso schießen die die ganze Zeit zu hart, Alter? wie? ah wow was war das jetzt schon wieder? oh schieß, nach vorne wieso hast du nicht geschossen? wieso hast du nicht geschossen? ich das nicht verlegt habe und wieso... warum hast du das nicht berührt? was ist das für ne wow so musst du schießen ja, so nicht und so auch nicht ja ungefähr damit ich so fliegen kann dann ein Salto machen daneben springen damit du ihn treffen kannst schade, ich wollte ihn noch halten schade, ich wollte ihn noch halten ich wollte ihn da vorne noch halten guck mal, ich wollte ihn da vorne noch halten ich hab keinen Bus ich komm da von der Seite wooi wenn er so, äh, so nach hinten gegangen ist dann werde ich gut nein nein er hat einen Pops genommen ich kann aber fliegen ja Christian ich liebe dich ich dich auch in echt ich dich nicht in echt ich dich nicht in echt ich hab kein Trin ich hab kein Trin homos es sein wirklich doch Teachers ich würde mir ist mehr aber es geht Eeeey! Den hab ich einfach mitgeschubst! Einfach so von der Seite! Ich liebe dich nicht, Breslau! Schieß den Ball, Alter! Aber meine halten die, ne? Meine halten die! Jetzt halte den! Ich komm irgendwann! Ich hab einen zerstört! Breslau! Nein! Halt ihn, Christian! Nein! Halt ihn! Schubs! 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 Mein Herz ist aus meiner Hose gerügt! Mir ist sogar schlecht geworden, Alter! Oh mein! Ich wollte ihn eigentlich hoch gegen die Latte schießen, aber der geht einfach so... Keine Ahnung wie, Alter! Profi hier! Ich schicke jeden Freund von mir dieses Video! Ich sag, guckt Minute! Keine Ahnung, das ist vierte oder fünfte Minute! Äh, ja! Guckt euch das an! Das ist das beste Tor, äh, das beste Nicht-Tor der Welt! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Deshalb nennen mich die Leute, Not-Situations-Man! Na so nennen die mich. Tor. Wie? Genennen die dich? Ja ja, Notsituationstor. Notsituationstor? Ja so nennen die mich. Versteh dich nicht. Siege Durchaufgabe, ok. Oh die haben... Durchaufgabe. Verlass! Ich habe... Komm mal loggen. So Leute, ich hoffe ihr das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos. Tschüss!